Herzlich Willkommen bei Skipper 360. In dieser Lektion zeigen wir euch, wie wir unseren Cut ohne Heckleinen innerhalb der Box wieder gerade richten oder nach Back- oder Steuerbord versetzen können. Oft kommt man nicht gerade in die Box oder der Wind oder ein Fahrfehler versetzen unseren Cut auf eine Seite. Die Heckleinen sind noch nicht ausgebracht, also nützen wir beide Maschinen, um den Cut zu positionieren. Wir fahren mit dem Cut in die Box und sind zu weit rechts angekommen. Wir wollen den Cut in der Box zuerst nach links stellen. Wir geben mit der Steuerbordmaschine etwas Gas und bringen eine Linksdrehung in unseren Cut. Dann fahren wir bis zur Hälfte aus der Box. Wir stoppen den Cut mit beiden Maschinen auf und dampfen mit der Steuerbordmaschine nun in den Rückwärtsfahrt. Der Cut dreht sich nun nach rechts. Wenn wir uns weit genug gedreht haben, nehmen wir die Backbordmaschine in Rückwärtsfahrt hinzu. Das Manöver hat prima geklappt und der Cut steht jetzt auf der linken Seite. Wir machen das Gleiche nun nach rechts. Das ist ein paar Mal. Das war's. Das war's.